Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist heute wieder Samstag. Es ist schon halb zwölf. Es ist unglaublich, aber wir waren gestern Abend so lange unterwegs. Mit wem waren wir noch unterwegs? Mit Apple Explosion 975. Fährst du mal hier hergucken? Und die Kamera ist ja auf dieser Seite hier. Und? Weißt du noch wieder Abend, welche hieß? Pyrobänger oder so? Pyrobänger und Apple. Mama guckt schon wieder in die andere Richtung. Macht ja nichts. Also, wir waren gestern auf Pyro-Wanderung, Pyro-Streife. Wir sind gestern ein bisschen mit den Pyros unterwegs gewesen. Schnucki, wohin geht's? Komm gleich. Achso. Und haben uns im Döner getroffen, haben wir ein bisschen geschnackt und anschließend waren wir noch wo? Böllern. Ein bisschen Böllern, genau. Auf dem Acker, damit es keiner hört. Also, das haben wir auch alles aufgenommen. Kommt bei TipTapTube nächste Woche. Aber jetzt geht's eigentlich um was anderes. Und zwar muss ich noch drei Türen, glaube ich, aufmachen, ne? Zwei. 13 habe ich schon? Ja. Ehrlich? Also geht's jetzt weiter hier mit meinem Adventskalender, wenn ich mich nicht irre. Doch, 13 ist schon leer. Gucken wir jetzt in die 14 von gestern. Das geht nicht auf hier. Ich brauche einen Zahnstocher. Hier sind schon welche. Jetzt geht's hier an die Operation. Wir werden das schon rauskriegen hier. Ich muss bloß mal gucken, dass ich das Papier da hinter diesem... So. Geht doch. Okay. Schlaf und schlaf. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt mal gucken, was auf dem Zettel drauf ist hier. Nein, mit einer Hand aufmachen. Hey, du sollst hier stehen bleiben. Nicht den Zettel lesen. Ich versuche das von hinten zu lesen. Okay. Gucken wir mal. Versteck dich mal hinterm Zettel. Die Kamera stellt immer auf dein Gesicht scharf. So. Es kann ich ganz unten lesen. Ne, das wird nichts. Hose. Aussuchen. Eine Hose aussuchen. Ich sag, da steht eine Hose aussuchen. Mal gucken, wie es versteht. Ah, erledige die Hausaufgaben von Ash. Was soll das denn? Es wird immer schlimmer. Okay. Das kommt mir zu den anderen Gutscheinen. Gucken wir mal, was hier in Nummer 15 ist. Guck mal, hier geht's einfacher auf. So. Und sehen wir mal, was das ist. Mit einer Hand einen Zettel aufklappen ist scheinbar auch nicht so ganz einfach. Und dann gucke ich immer hier durch die Kamera. So. Ich versuche das mal wieder von hinten zu lesen. Das ist falsch geworden. Das sehe ich auch. Du spielst Fortnite. Das habe ich richtig gesagt. Aber das ist auch gut geschrieben, ja? Kann ich gut lesen. Das habe ich geschrieben. Ja, sehr gut. Und das hier, wer hat das geschrieben? Max. Der kann nicht schreiben. Ja. Doch, war eigentlich auch gut geschrieben. Aber das ist echt schwer. Von hinten, Spiegelschrift. Na gut. Also, es wird Fortnite gespielt. Und es werden Hausaufgaben erledigt. Ja. So, und jetzt wird erstmal... Mein Kurs hat es auch noch nicht gespielt. Du hast noch 1000 Gutscheine. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so viel zu tun, dass ich da irgendwie die zu kommen. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt hier. Um halb zwölf, fünf nach halb zwölf. Es ist Brunch. Was gibt es denn zum Brunch hier? Ja. Also. Einen leeren Teller. Leere Teller. Leere Teller. Mama hat einen Tee. Ach, meinen Forage. Den habe ich mir heute Morgen selbst gemacht. Käse. Und sicherlich Honig. 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 Okay. Wir frühstücken und dann gucken wir mal, was wir heute noch alles schönes erleben. Und mittlerweile ist es jetzt schon 16 Uhr. Ich habe den ganzen Tag jetzt hier am Computer verbracht, habe da ein Video für mich geschnitten. Und natürlich wieder einige von diesen Kommentaren beantwortet, die immer noch, obwohl das mit Mr. Pyro Manager alles geklärt ist, auf dieser Schiene reiten, raus aus der Pyro Szene. Schon längst vergessen. Aber, naja, das dauert wohl noch, bis das ein bisschen abeppt und das letzte Echo dann auch verheilt ist. Egal. Ja, ich warte jetzt hier darauf. 50% hochgeladen. Dauert noch 18 Minuten. Dann kommt ein neues Video bei mir, wo ich denn das, was ich hier gerade gesagt habe, nicht drin habe. Ach, ne. Ja, dann kommt ein neues Video bei mir und ich weiß jetzt gar nicht, was hier heute noch läuft. Irgendwie haben wir hier voll nicht so richtig Power heute, weil das gestern wirklich ein bisschen zu spät geworden ist. Und dann abends noch in dem Stream von Mr. Pyro Manager ein bisschen reingeschrieben. Und dann wollte ich mir das heute nochmal angucken. Und dieser Stream ist weg. Und dann habe ich bei dem Apple Explode schon 975, den werde ich wohl nie richtig aussprechen können, den Namen. Mit dem habe ich dann nochmal ein bisschen geschrieben, warum das weg ist. Und ja, er wusste das dann auch nicht so richtig. Ist ja auch egal. Also ich wollte mir das nochmal angucken, zum Beispiel unseren Besuch im Döner. Den haben wir ja da auch live gestreamt. Der Pyro Banger hat das, ne, Pyro Banger TV hat das denn live im Döner mit seinem Handy gefilmt und gestreamt gleichzeitig. Und das muss ja auch in dem Stream drin gewesen sein. Schade, dass ich das nicht sehen konnte. Na gut. Ich gucke mal, was wir heute hier noch so erleben. Und verflixt, da habe ich doch tatsächlich die Zeit vergessen. Es ist 10 vor 12. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit Kommentare gemacht. Hier gerade ist Max nach Hause gekommen. Der hat ein Video gedreht. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's ins Bett. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.